Ja gut, dafür ist es eine starke Waffe, ist auch okay. Allerdings kommen gleich die ganzen Horden, das ist wieder uncool. Ja. Ich habe auch nichts. Was heißt nichts? Dann schießt jetzt immer nicht wild drauf, ich probiere schon mal aus der Ferne den einen oder anderen zu erwischen. Ich habe eh nur Pistolen. Dann schießt du die ab, die am nächsten kommen? Ja. Ja, zum Beispiel die, die hier gerade alle um die Ecke kommen. Ähm. Liegen noch Schmerzpillen? So, nimm dir die mal. Sehr gut, danke. Da nicht für, mein Schatz. So, nochmal einen hinterher, ne, weil ich es kann. Oh. Ach, den treffe ich nicht, weil da so ein scheiß Ding im Leben ist. So, jetzt habe ich dich. Du stirbst auch. Also eigentlich mag ich das Gewehr, ich finde es richtig cool. Ich hätte dir auch gerne wieder eine Waffe, weil ihr eine seht. Ja, wir sind noch eben dran vorbei. Hier, hier liegt das Snipergewehr. Komm mit. Jetzt kommt gleich wieder eine neue Welle auch. Ja. Ja, ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja auch richtig. Da liegt das Snipergewehr. So ein bisschen in beide Richtungen. Das kann ich nicht aufnehmen, weil ich keine Munition dafür habe. Ach, da. Das andere. Ja, das andere, das mit Munition. Ja, also würde ich auch sagen, keiner schießt jetzt so wild drauf. Peter und ich clearn immer so viel, wie es geht, aus der Ferne. Ja. Der deckt nach hinten ab. Ja, witzig. Wir versuchen das. Ja, von hinten kommt doch gerade was. Eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Schaffst du das? Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Alles gut. Okay, safe. Ja, eine ganze Menge war vielleicht übertrieben, aber für mich war es so viel aus. Oh. Ja. Und einfach nur, dieses Spiel macht mich fertig. Rechts, du von links, oder? Äh, nee. Ich aufteilen, echt jetzt? Nein, das ist ja ein... Okay, also wie gesagt, gucken wir weiterhin nach hinten, oder ich gucke die ganze Zeit weiter nach hinten. Ach, so, da. Ach, so, da. Okay, hinten ist, glaube ich, jetzt geclared. Oh, nee, da steht hier. Der Panther soll irgendwo sein, ne? Ah, ich mag das Gewehr. Okay, hinter uns, also von hinten kommt nichts, ist alles safe. Oh, mal hoch. Okay, dann gehen wir jetzt... Hinter die Peter? Okay, ist tot. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Aber ich brauche euch als Deckung dafür. Ja, was? Oh, oh Gott. Okay, schön. Ja, ich muss Alice verarsten, oder... Peter, soll ich dich verarsten? Ähm, gerne. Ja. Äh. Falsche Taste. So, der erste da oben schon mit dem Headshot weggeballert. Die lauern da oben. Ja. Sind auch Schweine, sind das. So, ihr kriegt das so ein bisschen hin? Bisher? Ja. Okay, die springen gerade alle von oben runter. Direkt neben dir, Peter. Ja, ich hab auch so den auf dich geschossen. Tut mir leid. Da kommt ein Charter. Könnt ihr den irgendwie... Oh, schönes Ding. Ja. Da kommt ein... Protzer. Äh. Erledigt. Ja, okay, mein Gewehr ist jetzt auch leider alle. Bin jetzt wieder auf kleinen Pistolen. Das ist ja... Oh, was war das? Was hast du runtergeworfen? Das war sonst nichts. Mein Sound... Mein Sound-Ding. Boah, ey. Das kann er nicht mit mir machen. Auf einmal poltern hier Sachen von... von seinem Tisch runter. Ich drehe völlig ab. Geht gar nicht. Deck den Gang ab. Ja, deck mal. Äh, äh... Er kommt, was ist Katana? Schön. Ja, ähm, Katana überlege ich mir jetzt auch. Ich nehm's auch. Ich hab eh keine... große Waffe mehr, von daher... denke ich... Waffen! Mann. War das ein Kotzer? Oder ich glaub der... Ich hab zwar jetzt... Erwicht. ...als keiner. Okay. Ähm, du deckst den Gang und... Ja, ich guck das von hinten. Alice sichert uns gerade von hinten. Okay, Peter, du deckst den Gang. Und hinten kommt was. Alles gut, wir sind safe. Macht das, wunderbar. So, und ich komm mal hier die Räume durch. Kann ich wieder in diese dunklen Räume gehen? Ich kann das nicht. Ich mach schon. So. Wenn du was findest, sag mal gescheit. Oder gib es mir. So, hier waren auf jeden Fall ein paar Zombies. Denen will ich nichts zu tun haben. Katzer. Damenkloß leer. Achtung, wenn du rauskommst, da ist Kotze. Oh, Gott. Dreh dich um. Was? Oh. Mann. Hier ist eine Rohrbombi. Die nehmen wir mit. Ja, ich hab doch immer den Molotow-Cocktail. Ich heb mir den auch so ein bisschen auf. Aber ich bin auch bekannt dafür, dass ich die mal scheiße werfe. Und Peter dann drinsteht. Oh, aber soll das? Okay, vorrücken. Ich geh links rein. Von hinten, von hinten. Okay. Bin da, bin da, bin da, bin da. Genauso stehen bleiben. Okay. Helfdings. Ich lade nach. Er deckt nach hinten ab. Ja, bin dran. Oh. Okay, ich helfe ihm hoch. Gibt's denn nicht? Wir entwickeln hier eine Taktik, wa? Ja, es scheint. Ich hab jetzt Alice mal die Schmerzpillen gegeben. Zumindest für kurze Zeit. Okay, hier wissen wir, hier kennen wir es ja schon. Gibt's das? So, ähm, ich überlege gerade. Ich hab übrigens Adrenalin, damit bin ich schneller, oder? Ja, hab ich eben aufgenommen, bevor wir in den Raum gegangen sind. Ich überlege jetzt, ob ich das Sniper... Das Sniper ist so geil. Ich will das nicht tauschen gegen das MG. Dann lass es. Ja, aber das MG ist, glaube ich, wesentlich wirkungsvoller. Jetzt für die nächste Phase halt, ne? Ja. Aber die Pistolen sind genauso gut an der Stelle, finde ich. Gut, also da ist medikiert Schmerzmittel. Findest du die Pistolen genauso gut? Pistolen finde ich auch nicht schlecht. Komm, dann nehme ich mal Sniper mit. Äh, soll ich... Ich kann auch jemand die Schmerzmittel, Katja? Ja. Ja. Ich will die noch nehmen. Das Schöne ist, ich kann die halt... Und hinten? Ja. Vorsicht, Alice ist im Raum. Der könnte... Der könnte auf den Falschen einfach drauf schießen. Da kommt einer, Peter. Oh. Ja, okay. Oh Gott, okay. Ja. Okay. Also wenn ich sage... Oh, das warst du, Peter. Wenn ich meine Rohrbombe schmeiße, ne? Denk dran, Schnauze halten. Ja. Aber er ist raus hier. Ja. Ich sag auch immer noch... Ich sag's auch zum zehnten Mal. Ich werd's einfach nicht einsetzen. Ich hab jetzt Adrenalin. Okay. Oh, das war Alice, die ich nicht mal geschubst hab hier. Charger? Ja. Ja. Ich hab hier... ...'n Patja auf mir. Patja tot? Ich bin am... Ich werd die ganze Zeit... Keine Bock gemacht hier. Ich werd tot. Ich schieß, ich kämpf hier, gehen die, passt schon. Irgendwer hat in den Rücken geschossen, Katja. Ja, dann lass das auf. Ich weiß echt nicht, wer das war. Dann hör auf damit. Wollen wir hoch? Ja. Ja, ich hab hier echt... Oh, das warst du. Sorry, Nico. Irgendwer hat dich aufgeschnitzt. Tut mir leid, ich weiß nicht, wer das war. Echt jetzt? Wir kenn dich. Selber. Oh Gott. Auf mich schießen. Ja. Bitte auch nicht auf mich schießen. Ich hab Alice getötet. Ja, sehr gut. Ich hab doch nur gesagt, dass man nicht auf mich schießen soll. Alice hat's nicht gesagt. Also, es ist alles okay. Okay, alles safe. Nico, hinter dir? Ganz viel hinter dir? Ja, ich hab's gerade gesehen. Ich schmeiß mal eine Kotzbombe. Ich bin dran. Ja, sehr schöne Sache. So, und jetzt können wir versuchen, rüberzulaufen. Weil die laufen jetzt eh alle dahin. Ja, okay. Und jetzt durch. Bis ans Ende vom Gang. Ja, scheiß doch, die Einzelnen, die mach ich glatt. Was? Nein, ich bin gezögelt. Oh, ja. Ich find ihn nicht. Wo ist er? Ich kann nicht. Ist egal, auch weiter. Ja, komm, wir müssen, komm, komm weiter. Ich glaub, ich hab erst Peter erschossen. Da kommt der Rucksack, Rucksack, no. Erstmal abschalten und dann Peter retten? Ja. Rucksack tot? Also, ich bin eh tot, glaub ich. Ja, ich helfe dir. Oh, da kommen sie jetzt alle. Deck mich? Oh Gott, nein. Wo ist denn die Treppe nach oben? Ich hab's schon wieder aus den Augen verloren. Wir sind doch schon oben. Das ist der dritte? Ja. Okay, mehr geht nicht. Mehr kann ich nicht. Oh Gott, Peter. Blitz. Jetzt deck mich, wenn du kannst. Da kommt ein Charger. Ja, ich hörte gerade Peter. Okay, schönes Ding und los geht's. Wo? Hier hinten durch. Ich bin drin. Scheiß drauf. Sag doch, Katana ist wunderbar. Oh Mann. Charger? Charger? Scheiße, 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 scheiße. Er kommt auf mich. Er hat mich. Oh, ich muss nachladen. Oh Gott. Danke. Habt drei HP? Äh, ich hab... Soll ich draußen einmal mal decken? Geht ihr mal rein? Ich versuch hier Stellung zu halten mit 30 Schuss. Alarms aus. Oh. Oh, überleben gerettet. Ja, geil, Alice ist wieder da. Jetzt komm ich zu euch rein. Wir sind ja leere. Alter, ich hab noch einer. Jeder Humpel. Midi-Pack. Okay, wir sind, äh, okay. Ja, ich denke, die Zuschauer haben auch gemerkt, wie angespannt wir waren. Scheiße. Äh. Alter. Gut, weiter geht's. Oh, hi, Zombie. Der Schnitzel. Ja, sie lebt noch, ich hatte Angst. Aber ich hatte auch gerade das Gefühl, dass die extrem stark waren. Oder? Ja, aber der Charger, ich hab das gesehen, also zum sovielsten Thema Katana. Den Charger hatte ich mit zwei Schlägen auch wirklich tot, ne? Der war einfach direkt Sub-Sample weg. Also nicht der zweite, der mich eben angegriffen hat. Von hinten? Ja. Oh, ich laufe von unserem Gabelstabler. Vorsicht, ich bin hier, mich schießen. Seht ihr? Habt ihr's gesehen? Ja. Was mühen wir uns denn da ab, Katja, vor? Ja, aber wenn er mich erstmal packt, ich hab vor allem 15 HP. Wenn er mich erstmal gepackt hat, bin ich ja auch am Arsch. Der schleudert einen ja ständig auf dem Boden. Ich denke noch. Deswegen werde ich jetzt das Katana zwar behalten, aber jetzt weiter mit der... Oh, oh. Kommt ein Jumper? Ja, ich seh's, ich seh's. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, Gott. Da kommt ein... Ich kann das nicht mehr. Gott. Ich hab 9 HP, es wird immer weniger. Ah ja, meine Schmerzpillen lassen grad nach, super. Also in Wirklichkeit hab ich weniger als... Ich glaub, da kommt gleich was aus dem Flur oder so. Ja, direkt hinter Alice. Ja, deckt ihr das? Ihr kriegt das hin? Denk ich? Ich schaff das. Also ich kriege hier nach vorne. Kommt ihr klar? Ja. Ja, alles super da hinten. Ich geh hier langsam, weil ich ziele mit dem Fernrohr. Hm. Ja, oh Gott, ich muss aus der Säure raus. Oh nein, Alice. Hinter uns, Junge. Ja, er ist tot. Ich muss wirklich ab und zweit ab und zweit ab. Ja, ich hab mich gerade umgedreht. In dem Moment rennen die Schweine hier aus der Tür. Rucksack. Ich deck nach hinten. Gut. Wenn man das gar nicht gefällt. Das war's nicht, also, ja? Ja, das war's. Hinter uns, glaub ich. Irgendwas ist das? Da liegt ein Midi-Pack. Oh, bitte. Bitte. Ich nehm... Da liegt noch eins, cool. Ja, ja, aber da komm ich niemals lebend hin. Warum? Äh, Charger. Ja, genau, wegen dem. Okay. Ja, weil ich nicht mal laufen kann. Oh, komm schon, renn, renn hin. Heil mich schnell. Hier ist auch noch einer. Hier ist, äh... Okay. Dann verarsch ich mich jetzt auch mal selber. Ja, mach das auf jeden Fall. Was ist hier, Rohrbombe? Ich hab leider schon, äh... Ein Ding, ja, komm, scheiß auf Rohrbombe ist geiler. Neh mich auch. Oder ne, es ist ein dicker. So ein Werfttyp. Was ist ein Werfttyp? Einer, der mich verfolgt. Der mit Steinen wirft. Äh, äh... Ja, ich bin schon drauf, aber... Oh Gott. Geh den nicht mal da. Schnetzel. Schnetzel. Okay. Oder auch nicht Schnetzel. Ach du Kacke! Was fällt ihm ein? No! Okay, das Katana bringt irgendwie gegen ihn gar nichts. Ich komm auch nicht auf der Ecke raus. Ja, ich kann auch von hier aus nicht, wo ich bin, auf ihn schießen. Doch, okay. Äh, nachladen. Ja, mich muss man... Danke. Elf... Ja, sorry, sorry. Boah, Leckos Mios. Ja, Grandos. Ja gut, das Medipack eben hat sich ja richtig gelohnt. Für mich gab's hier noch eins. Ne, ne, das waren zwei Stück und das war's, ne? Ich bin auch wieder auf 10 HP runter. Also... Ja, super. Ja, mir geht's genau so. War ein geiles... Ja, war ein geiles Medipack, auf jeden Fall. Ich mein, okay, hätte ich's nicht genommen, wäre ich jetzt direkt verreckt. Aber ich dachte, vielleicht kann man den mit Katana gut schnetzeln. Hat nicht funktioniert. Auch echt jetzt? Wo ist der nächste Safe Point? Ja. Oh Gott. Da ist ein... Warte mal, da ist ein Säuretyp, siehst du den? Ja, ich hör's auch. Schließ ihn mal in Fuß. Ich schließ ihn mal in Fuß, mal gucken, was er dann tut. Ich möchte bitte in den nächsten Sicherheitsraum. Ich hab Angst. Das kann doch nicht sein. Hier ist ein Geldautomat, yes! Hedda! Ja, fast cash! Wuhu! Warte, da oben? Also ich hab immer noch... Peter und ich haben noch eine Rohrbombe, nochmal zur Info. Also... Ich hab nichts mehr. Ja. Boah, mehrere Springer waren das gerade. Ich glaub, die sind doch tot. Da kommt Hilfe ein bisschen was angelangt. Da hinten ist ein Säuretyp. Ja, genau. Kommt auch eine normale Ische. Aus aus der Säure-Peddy. Ja, ich wollte nur noch den Säuretyp töten. Ja, nicht auf Kosten deiner HP. Jetzt ist er tot. Ja, deswegen du bist eben, hattest du wesentlich mehr, du bist jetzt einfach heiß runter. 6 HP verloren. Okay, wir müssen auf jeden Fall einfach weiter nach vorne. Oh, Boomer. Ob wir nach oben müssen? Oder nach unten. Ach. Hoch. Er sagt hoch. Äh. Äh. Alter. Oh, wieso nimmst du mich mit? Was? Okay. Ja, okay. Das war ja wohl eine Verlade. Okay, das war echt eine... Das war ja mal richtig räudig. Oh, das war ja wohl gerade eine Verlade. Nein. Wir sind hier. Nein. 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 Das gibt's nicht, ne? Oh, Gott. So, warte mal. Die Tür klären wir mit dem hier. Oh, Gott.